Werfen, G-Taktik-Granate werfen, F-Benutzen, R-Nachladen, Lertaste, Aufstehen, Sprung, S-T-H-G hinlegen, C-Ducken, G-Mittlerem-Austaste, Ausrüstung und so weiter. Und ihr haltet mal schön die Fresse. Roger, Roger. Und genau diese Kekse würde ich nie essen. Bei den Nebenwirkungen. Okay, das ist lecker. Okay, okay, dann machen wir eben weiter. Ich fahre ab, oh. Nimm mal so, ich verstelle jetzt meine Stimme und wenn du das auf YouTube stellst, dann zeig ich dich an. Nice, man. Wir haben den Salat mal entsorgt, wer auch immer das war. Penis. Penis. In dein Gesicht. Ja, ich hab dich in Marco, bitte auch. Geil. Ja, ich hab dich in meinem Gesicht. Vielen Dank.